Wenn ich den Reichskanzler zu leben habe, werde ich es nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Dem Russland so verrichtet einen Schlag versetzen, dass er alles rettet. Als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinde. Nur behaupten Sie, ein Angriff wenn es sei unwahrscheinlich. Wie lautet meine Herren? Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen?